Und der nächste Tipp ist, plane einen Tag, wirklich einen, zumindest einen halben Tag, das wäre im Ganzen, das ist einen halben Tag, einen halben Tag ein, in dem du nichts planst, in dem du auch nichts Bestimmtes tust, sondern einfach mal hier bist und schaust, was auf dich zukommt und dementsprechend reagierst oder entscheidest, nicht zu reagieren oder zu agieren, egal wie du möchtest. Mindestens einen Tag im Monat oder einen Tag in der Woche, in dem du einfach mal bist, genießt und dein Leben so lebst, wie du das gerne möchtest, ohne Planung, ohne Vorstellung, ohne Regeln. Okay? Schreib mir deine Erfahrung, wie dieser Tag war oder wie diese Tage, die du erlebt hast, waren, in denen du wirklich nichts geplant hast. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Ciao, ciao! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017